Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lebt und arbeitet für ein gutes und tolerantes Miteinander. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und ich sehe es als meine Aufgabe und die Aufgabe aller politisch Verantwortlichen an, all diejenigen zu unterstützen, die unser Land jeden Tag durch ihre Arbeit und durch ihr Leben voranbringen. Und die Zahlen belegen es im Übrigen auch, Deutschland gehört zu den sichersten Ländern der Welt und Deutschland gehört zu den wohlhabendsten Ländern der Welt, meine Damen und Herren. Und dennoch, viele Menschen in unserem Land sorgen sich in diesen Tagen um den Zusammenhalt von uns allen. Und ich bin auch ganz sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr genau beobachten, in welcher Art und Weise wir den politischen Dialog führen. Genauso wie im Land, so auch hier im Deutschen Bundestag. Und da haben wir alle eine große Verantwortung. Besonders aufgewühlt haben uns in den letzten Wochen schwere Straftaten, bei denen die mutmaßlichen Täter Asylsuchende waren, die zu uns nach Deutschland gekommen sind. Solche Taten machen mich betroffen und machen uns alle betroffen. Wir trauern mit den Angehörigen. Wir sind empört über die Straftaten. Solche Taten müssen aufgeklärt, die Täter vor Gericht gestellt und mit der Härte des Gesetzes bestraft werden. Genau so sieht es unser Rechtsstaat vor. Und viele Bürgerinnen und Bürger, die durch Demonstrationen gezeigt haben, wie aufgewühlt sie sind, haben dabei ihr verfassungsrechtlich verbrieftes Recht genutzt. Und wir als Politiker sind verpflichtet, ihre Anliegen ernst zu nehmen und Missstände zu beheben. Ich kann jeden verstehen, der darüber empört ist, wenn sich nach Tötungsdelikten einmal mehr herausstellt, dass dies Straftäter sind, die schon mehrere Vorschrafen haben, oder Menschen sind, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Und hier haben wir eine Aufgabe zu lösen. An dieser Aufgabe arbeiten wir mit aller Entschiedenheit, gemeinsam mit den Bundesländern. Und der Bundesregierung, der Bundesinnenminister hat dazu weitere Maßnahmen vorgelegt. Und wir sind uns unserer Verantwortung dafür bewusst, liebe Kolleginnen und Kollegen. So sehr ich die Empörung und das Unverständnis verstehe und teile, lasse ich nicht gelten, dass dies eine Entschuldigung ist für menschenverachtende Demonstrationen. Es gibt keine Entschuldigung und Begründung für Hetze, zum Teil Anwendung von Gewalt, Naziparolen, Anfeindungen von Menschen, die anders aussehen, die ein jüdisches Restaurant besitzen, Angriffe auf Polizisten und begriffliche Auseinandersetzungen darüber, ob es nun Hetze oder Hetzjagd ist, helfen uns dabei wirklich nicht weiter, meine Damen und Herren. Es kann doch nur eines heißen, dem stellen wir uns entschieden entgegen, und zwar ganz im Geiste unseres Grundgesetzartikels Nummer 1, Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und Artikel 1 gilt für jeden Menschen. Und wer dagegen verstößt, der legt die Axt an die Wurzel unseres Zusammenlebens. Wer dagegen verstößt, stellt sich gegen unsere Werte von Einigkeit und Recht und Freiheit, die aber sind unseres Glückes und Abwand. Und deshalb darf es bei der Achtung der Menschenwürde auch keinen Rabatt geben, für niemanden. Und deshalb führen Relativierungen in die Irre. Deshalb ist der Rechtsstaat hier in seinem Kern gefordert, mit den Sicherheitskräften, mit unabhängigen Gerichten, mit allen Institutionen einer lebendigen Demokratie und einer wehrhaften Zivilgesellschaft. Und ich danke allen, die dafür arbeiten, den Polizistinnen und Polizisten und allen Sicherheitskräften, den Richtern, den Staatsanwälten und auch den Beschäftigten an den Gerichten, genauso denen, die in unseren Haftanstalten ihren Dienst tun, was alles andere als immer einfacher ist, meine Damen und Herren. Ich danke den Haupt- und Ehrenamtlichen in unseren demokratischen Institutionen und Verbänden. Überall gibt es glücklicherweise viele von Ihnen überall in unserem Land. Und deshalb sind auch Pauschalurteile über ganze Gruppen oder Landstriche wie Sachsen oder die neuen Bundesländer falsch und völlig unangebracht. Und das gilt genauso für die vielen Flüchtlinge, die hier friedlich mit uns leben. Und ich danke ganz besonders auch an einem solchen Tag den vielen Haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, in der Flüchtlingsarbeit, die es alles andere als leicht haben in diesen gesellschaftlichen Diskussionen. Und wir werden nicht zulassen, dass klammheimlich ganze Gruppen in unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden. Juden, Muslime gehören genauso wie Christen und Atheisten zu unserer Gesellschaft, in unsere Schulen, in unsere Parteien, in unser gesellschaftliches Leben. Ich bin dankbar für jeden, der sich für unsere Demokratie engagiert, meine Damen und Herren. Und die Frage, ob wir darüber Konsens haben, die entscheidet über unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und danach, wenn wir da ein gemeinsames Fundament haben, können wir über all die anderen wichtigen Fragen sprechen, die unsere Menschen, die die Menschen in unserem Land bewegen. Es gelten bei uns Regeln. Und diese Regeln können nicht durch Emotionen ersetzt werden. Das ist das Wesen des Rechtsstaats. Und weil wir uns bewusst sind, dass dieser Rechtsstaat herausgefordert ist, haben wir ja in unserer Koalitionsvereinbarung ein Pakt für den Rechtsstaat vereinbart. Und dieser Bundeshaushalt zeigt erste Maßnahmen. Noch einmal 3.000 neue Stellen für Sicherheitsbehörden. Knapp 50 Millionen mehr für die Ausstattung und Ausrüstung der Bundespolizei. 85 Millionen für die Digitalisierung der Polizeiarbeit. Investitionen in die Cybersicherheit. Das sind wichtige, richtige Signale. Und wir werden mit den Bundesländern auch über die Ausstattung von Gerichten und anderen Justizbehörden weiter intensiv sprechen. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf einen funktionierenden Rechtsstaat, auch in der täglichen Praxis, meine Damen und Herren. Wir beraten heute über den Haushalt für das Jahr 2019. Und dahinter liegende Aufgaben gehen natürlich weit über das nächste Jahr hinaus. Teil dieser Beratung ist auch die mittelfristige Finanzplanung. Wir haben uns daran gewöhnt, aber ich will es trotzdem noch einmal sagen. Es ist der fünfte Haushalt in Folge ohne neuen Schulden. Und das ist ein Hinweis und eine gute Nachricht für die junge Generation. Wir haben ein steigendes Bruttoinlandsprodukt seit über 13 Quartalen. Die Unternehmensinsolvenzen sind auf dem niedrigsten Stand seit Einführung der neuen Insolvenzordnung. Und im Herbst dieses Jahres werden voraussichtlich erstmals über 45 Millionen Menschen erwerbstätig sein. Und wir können alle gemeinsam stolz auf diese Bilanz sein. Unsere grundsätzlichen Ziele bleiben. Seit Bestehen der Bundesrepublik arbeiten wir unverändert für Frieden, für Freiheit und für Wohlstand. Und das jetzt schon im 70. Jahr der sozialen Marktwirtschaft. Heute wissen wir, unser Wohlstand entscheidet sich nicht mehr alleine durch uns und unsere Arbeit in Deutschland. Sondern wir sind verbunden innerhalb des Binnenmarktes der Europäischen Union. Wir sind verbunden mit anderen Ländern. Das heißt, sich um andere zu kümmern, mit anderen zusammenzuarbeiten, auf ein multinationales, funktionierendes System zu setzen, ist in unserem ureigenen Interesse. Und wenn wir auf zehn Jahre Weltwirtschaftskrise und Finanzkrise zurückblicken, wie der Bundesfinanzminister das gestern gemacht hat, wird uns das noch einmal bewusst. Und weil das so ist, ist eben die Frage, wie viel investieren wir im eigenen Land und wie viel setzen wir ein für Entwicklungszusammenarbeit. Das sind zwei Seiten, ein und derselben Medaille, in denen es um Wohlstand für unser Land geht. Und auch die Freiheit muss immer wieder erarbeitet werden. Und durch die Digitalisierung ist sie herausgefordert. In einer digitalen Gesellschaft geht es um große Datenmengen, um Datensicherheit, um Datenschutz. Völlig neue Anfragen an unsere Freiheit. Und deshalb ist die Kommission Datenethik, die wir eingerichtet haben, genau die richtige Antwort hier. Und auch um Frieden zu sichern, brauchen wir völlig neue Instrumente. Wir müssen uns stärker dafür selbst einsetzen. Und allein mit der Tatsache, dass wir uns überall heraushalten, wird es wohl nicht gehen. Unsere Maxime zur Friedenssicherung heißt immer, vorne anstehen die politischen Bemühungen. Deshalb setzen wir uns in Syrien dafür ein, in der Small Group zusammen mit der Astana Group, gemeinsam unter der Federführung der Vereinten Nationen, natürlich. Aber einfach zu behaupten, wir könnten wegsehen, wenn irgendwo Chemiewaffen eingesetzt werden und eine internationale Konvention nicht eingehalten wird, das kann auch nicht die Antwort sein. Und alle Antworten, die wir geben, werden immer auf dem Ebene des Grundgesetzes und im Rahmen unserer parlamentarischen Verpflichtung sein. Das ist doch vollkommen klar. Aber von vornherein einfach Nein zu sagen, egal was auf der Welt passiert, das kann nicht die deutsche Haltung sein, die wir zeigen, die wir zeigen, die wir zeigen können. Wohlstand, Freiheit, Frieden, das ist das, was Menschen von uns erwarten. Und sie haben alle einen ganz speziellen Blickwinkel. Und deshalb hat dieser Haushalt auch so viele Facetten. Es ist erst einmal der Wunsch nach Stabilität, nach vergleichbaren Lebensbedingungen, nach Entlastungen, wo immer das möglich ist, damit Menschen ihr Leben eigen gestalten können. Und da haben wir gute Nachrichten in diesem Haushalt. Familien und Berufstätige werden entlastet. Wir erhöhen das Kindergeld, wir erhöhen die entsprechenden Steuerfreibeträge, wir bereinigen die Einkommenssteuer um die kalte Progression. Das sind insgesamt in 2019 und 2020 Entlastungen um 10 Milliarden Euro. Für alle Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung wird die Parität wieder eingeführt, nach 8,3 Milliarden Euro Entlastung für Beitragszahler pro Jahr. Und wir werden, so ist es in der mittelfristigen Finanzplanung dargelegt, den Solidaritätszuschlag ab 2021 für 90 Prozent der Zahler des Solidaritätszuschlages abschaffen, noch einmal eine Entlastung um 10 Milliarden Euro. Und natürlich sagen manche, ihr habt auch mehr Belastungen zum Beispiel in der Pflege, aber da haben wir eine gute Nachricht. Durch die sehr gute Beschäftigungssituation können wir den Arbeitslosenversicherungsbeitrag zum 1. Januar um 0,5 Prozent senken, was dann die Mehraufwendung in der Pflege kompensiert. Und diese Mehraufwendungen sind wichtige Aufwendungen für die Bürgerinnen und Bürger, denn die Frage, wie geht es mir im Alter, wie behandeln wir diejenigen, die pflegen, das ist eine der zentralen Fragen für Gerechtigkeit in unserem Land. Und wir haben in der nächsten Woche, wenn es um Lebensbedingungen geht, eine ganz wichtige Veranstaltung, den Wohngipfel, auf dem wir ein Paket fürs Wohnen und rund um das Wohnen vorstellen werden, das seinesgleichen sucht. Wir wissen, dass das Thema Wohnen insbesondere in den Ballungsgebieten eine riesige Herausforderung für Millionen von Menschen ist. Bezahlbare Mieten, das ist die berechtigte Erwartung, weil das auch etwas mit Sicherheit im Leben zu tun hat. Und deshalb geht es uns darum, auf der einen Seite Mieterinnen und Mieter zu schützen und ihnen auch Rechte einzuräumen. Aber es geht auf der anderen Seite vor allen Dingen darum, dass bezahlbarer Wohnraum gebaut wird. Und da haben wir gute Nachrichten. Auf der einen Seite wird der soziale Wohnungsbau erhöht. Der Bund beteiligt sich mehr, als er das sich eigentlich vorgenommen hatte. Zum Zweiten wird eine Sonderhafer eingeführt, die dafür sorgt, dass die, die investieren wollen, auch investieren können. Und zum Dritten ist die Nachricht für die Familien, dass wir das Baukindergeld einführen, ein ganz wichtiges Mittel, um Familien auch Wohneigentum zu ermöglichen. Und das alles sind Beiträge dazu, dass wir sagen können, wir werden in dieser Legislaturperiode die Voraussetzungen dafür schaffen, dass 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden können. Dazu gehören auch Verfahrenserleichterungen, schnellere Baulandbereitstellungen und Ähnliches. Genau das werden wir am 21. September besprechen. Eine gute Nachricht für viele, viele Menschen in unserem Land. Und wir wissen, dass die Alltagssicherung eine der großen Herausforderungen ist, angesichts der demografischen Veränderungen, aber auch der Erwartungen der Menschen, wie sieht mein Leben nach der Erwerbstätigkeit aus. Wir haben eine Kommission eingesetzt, die sich mit der Rente nach der Zeit von 2025 beschäftigen wird. Aber bis 2025 haben wir jetzt den Gesetzentwurf eingebracht, der in Kürze hier bei Ihnen beraten werden wird, mit einem konstanten Rentenniveau bis 2025, mit einer verbesserten Erwerbsunfähigkeitsrente, mit einer verbesserten Mütterrente. Drei Botschaften von großer Bedeutung für Millionen von Menschen. Und hier haben wir Wort gehalten. Und im Haushalt ist genau das abgebildet, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Pflege, das spüren wir alle, beschäftigt fast jede Familie im Land. Ich selber habe in den letzten Monaten Pflegeheime besucht. Und ich weiß, welche herausragende Arbeit dort geleistet wird. Und vieles liegt noch im Argen, und daran arbeiten wir. Aber eine Botschaft, die man mir immer wieder gesagt hat, von denen, die dort arbeiten, bitte redet doch auch mal darüber, dass unser Beruf ein schöner Beruf ist, ein anspruchsvoller Beruf ist, ein Beruf ist, in dem die älteren Menschen uns auch etwas geben. Ihr redet darüber immer nur, als sei das eine Arbeit, die man doch eigentlich fast gar nicht machen kann. Tut etwas für das Berufsbild derer, die pflegen. Und ich finde, dafür gibt es allen Grund, und genau das wollen wir auch tun. Frau Bundeskanzlerin, der Abgeordnete Brandner möchte eine Zwischenfrage stellen. Nein, danke. Ich möchte einen geschlossenen Vortrag. Das gilt generell. Das gilt generell. Und jetzt kommt natürlich die Frage der Bezahlung. Aber ich sage Ihnen, meine Gespräche haben ergeben, die Bezahlung ist ein wichtiger Punkt. Die Arbeitszeit ist ein mindestens so wichtiger Punkt. Die Frage, ob ich eine Ausbildungsvergütung kriege, ist ein solcher Punkt. Das haben wir jetzt alles angepackt. Aber genauso wichtig ist die Achtung und Beachtung dieses Berufs. Das ist mir im Übrigen auch neulich im Gespräch mit Lehrerinnen und Lehrern so gegangen. Das gilt für Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Das sind Menschen, die eine tolle Arbeit machen, die aber auch einen tollen Beruf haben. Und das sollten wir vielleicht stärker herausstellen, meine Damen und Herren. Und wir haben den Blickwinkel derer, die natürlich betroffen sind von Auswirkungen der Digitalisierung. Hier werden wir in Kürze eine Weiterbildungsstrategie verabschieden. Wir werden uns fragen, was bedeutet dieser Umschwung für die, die heute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Wir müssen uns um die Infrastruktur kümmern. Wir müssen uns mit den Gefahren der Cybersicherheit auseinandersetzen. Aber wir müssen vor allen Dingen ab und zu auch mal den Blick über unseren Tellerrand hinauslegen. Heute gab es gerade eine Statistik zu lesen, in der sind wir bei der öffentlichen Verwaltung und den digitalen Dienstleistungen in Europa Mitteilung der Kommission auf Platz 21. Das kann uns nicht zufriedenstellen. Und deshalb ist die Aufgabe eines Bürgerportals zwischen Bund, Ländern und Kommunen eine der zentralen Aufgaben für diese Legislaturperiode. Es reicht nicht nur, die Infrastruktur auszubauen. Das werden wir tun, sondern genau da muss auch weitergearbeitet werden. Und wenn man in China ist, dann sieht man, dass wir nicht das wollen, was dort stattfindet. Eine totale Überwachung, eine soziale Beobachtung, das möchte ich auf gar keinen Fall. Auch Digitalisierung kennt Werte. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, in welcher Form dort Plattformen genutzt werden, in welcher Form dort Start-ups entstehen, in welcher Geschwindigkeit das entsteht, das kann uns nicht kalt lassen, weil das über unsere Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft entscheidet. Und deshalb müssen wir bei der Digitalisierung auch Tempo machen. Und genau das macht die Bundesregierung mit dem Digitalrat, mit den neuen Strukturen, mit der IT des Bundes. Und ja, wenn man sich die Dinge anguckt, wird es erst einmal komplizierter und die Aufgabe vielleicht größer. Aber wir gehen diese Aufgabe an, damit wir ein modernes Dienstleistungssystem haben in unserem Lande, das dem digitalen Zeitalter auch wirklich entspricht. Und hier werden wir im Übrigen nur erfolgreich sein können, wenn wir dies auch zusammen in Europa machen. Und deshalb investieren wir gemeinsam in Forschung und Entwicklung. Deshalb haben Deutschland und Frankreich gesagt, wir brauchen eine Agentur, die sich auch mit vollkommen ungewöhnlichen Erfindungen, disruptiven Innovationen beschäftigt. Das haben wir auch auf der Bundesebene gemacht. Da gibt es dann auch viele Diskussionen, was soll denn das wieder? Wir müssen offen sein für alle Möglichkeiten, neue Wege zu gehen, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass unsere heutige industrielle Stärke morgen noch unsere Stärke ist, die Arbeitsplätze schafft für die Menschen in unserem Land. Und in diesem Zusammenhang werden wir auch weiter auf internationale Fachkräfte angewiesen sein. Liebe Freunde und Kolleginnen und Kollegen, das ist von zentraler Bedeutung. Und deshalb freue ich mich, dass wir in Kürze die Eckpunkte für ein Fachkräftezuwanderungsgesetz beschließen werden und bis Jahresende ein solches Gesetz vorlegen. Denn zum Teil sind die Diskussionen unserer Unternehmerinnen und Unternehmer im Lande stärker darauf ausgerichtet, ob wir Fachkräfte bekommen, als dass es um Steuererleichterungen geht. Und das darf nicht der Grund sein, dass Unternehmen unser Land verlassen, weil sie keine Beschäftigten mehr finden. Hier müssen wir etwas tun. Und die Koalition hat sich genau dazu entschlossen, meine Damen und Herren. Und dann haben wir eine Vielzahl von Problemen zu lösen. Wir haben mit der Zukunft Deutschlands in der Europäischen Union zu tun. Zur Stunde hält Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission, gerade seine Ansprache an die Union, wie es so schön heißt, an die Europäische Union im Europäischen Parlament. Und meine Damen und Herren, ich bin zutiefst überzeugt, Deutschlands Zukunft wird nur eine gute sein, wenn auch Europa einen guten Weg gibt. Und das hört sich so trivial an, das ist es aber nicht. Olaf Scholz hat gestern dargelegt, welchen Weg wir gegangen sind in der internationalen Finanzkrise und dann später in der Eurokrise. Und das war ein Weg, der war durchaus umstritten. Sollen wir Banken retten? Wir haben es getan, um für die Bürgerinnen und Bürger den Zahlungsverkehr aufrechtzuhalten, für unsere Unternehmen die Finanzierung weiter aufrechtzuhalten. Sollen wir anderen Euro-Staaten helfen? Geht uns das etwas an? Und wir haben uns nach harten Diskussionen immer wieder entschieden, ja, wir tun es, weil der Euro-Raum für uns gemeinsam ein Mehrwert ist, weil die Zusammenarbeit in Europa uns stärker macht, auch im internationalen Gefüge. Und ich muss Ihnen sagen, als ich jetzt manches erlebt habe, auch gerade an Vorwürfen an Deutschland mit unserem Außenhandelsüberschuss und vielem anderen mehr, da bin ich dankbar, dass wir ein Teil Europas sind und Handelsgespräche durch die Europäische Kommission für alle europäischen Länder zusammengeführt werden und wir alle eine gemeinsame Währung haben und man nicht gegen irgendeine einzelne Währung im Euro-Raum spekulieren kann. Das macht uns stärker und das ist auch zum Nutzen Deutschlands und nicht nur immer diese These, wir würden dauernd anderen etwas geben, es ist in unserem Interesse, für ein starkes Europa zu sorgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Frage stellt sich noch intensiver. Bei der Frage des Euro geht es um Geld, um Prinzipien, wichtig. Aber die Frage stellt sich noch intensiver. Jetzt im Zusammenhang mit der Frage, wie wollen wir die Probleme der Migration, der illegalen Migration, der Flüchtlinge lösen. Und diese Herausforderung erscheint mir jedenfalls noch weitaus größer als Frage für den Zusammenhalt der Europäischen Union als das, was wir in der Euro-Zeit erlebt haben. Und wieder ist es im Grunde, Wolfgang Schäuble hat gestern gesagt, ein Rendezvous mit der Globalisierung schon, die Euro-Krise war ein Rendezvous mit der Globalisierung, jetzt noch einmal stärker. Und wie reagieren wir darauf? Gelingt es Europa in solch einer Herausforderung zu zerstören, zu fragmentieren, jeden sich wieder auf sich selbst zurückfallen zu lassen, oder gelingt das nicht? Und wir werden im Mai 2019 die Europawahl haben. Und da wird genau diese Frage zur Debatte stehen. Und diese Europawahl wird unter der Frage stehen, wo und wie lösen wir die Probleme, schaffen wir das zusammen? Und da ist ganz klar, wenn Europa einfach sagt, wir schotten uns ab, und wir kümmern uns um das, was in unserer Nachbarschaft passiert, nicht, dann wird das schiefgehen. Das ist schiefgegangen im Zusammenhang mit Syrien und Irak und den vielen Flüchtlingen, die zu uns kamen, weil sie auch dort gezeigt hat, wenn du dich vor Ort nicht kümmerst, dass es den Menschen gut geht, machen sie sich auf den Weg. Und das gilt ebenso im Blick auf Afrika, unser Nachbarkontinent. Und zwar dort dauerhaft und langfristig. Und da ist es eine gute Nachricht, dass wir mehr für Entwicklungszusammenarbeit abgeben. Ich möchte ausdrücklich dem Entwicklungsminister da auch danken, für die vielen Aktivitäten. Aber ich war jüngst in Afrika, und es ist eins spürbar. Entwicklungszusammenarbeit ist Schritt Nummer eins. Aber es ist noch nicht die Arbeit getan, wenn die jungen Menschen einen Job bekommen, ein tolles Training bekommen, aber anschließend keinen Arbeitsplatz haben. Ich bin dann super in der Landwirtschaft ausgebildet, aber leider gibt es kein wirtschaftliches Rückgrat dieser Länder. Und deshalb werden wir uns verstärkt, und die Bundesregierung tut das ja auch damit auseinandersetzen müssen, wie machen wir aus klassischer Entwicklungszusammenarbeit wirtschaftliche Entwicklung. Und da muss man leider sagen, dass andere da einen sehr klaren Weg gehen, wenn ich jetzt an den letzten China-Afrika-Gipfel denke, 60 Milliarden Investitionen in den nächsten drei Jahren in die afrikanische Infrastruktur, das ist erst mal eine Hausnummer. Und jedes afrikanische Land sagt uns, ihr braucht überhaupt nicht mehr mit einem interessierten Unternehmen zu kommen, wenn ihr uns nicht ein Finanzierungskonzept mitbringt. Und diese Finanzierungskonzepte müssen wir erarbeiten, da müssen wir überlegen, wo können wir Zinszuschüsse geben, wo können wir vielleicht Krediterleichterungen geben, wie können wir Entwicklungszusammenarbeit verbinden. Dazu haben wir die KfW, die hat die entsprechende Entwicklungsbank. All das werden wir verstärken. Dazu arbeitet die Bundesregierung mit allen Ressorts zusammen. Aber das ist dringend notwendig, um wirklich Entwicklung in Afrika auf den Weg zu geben. Und Ende Oktober werden wir, Wolfgang Schäuble hat es während unserer G20-Präsidentschaft begonnen, das setzen wir fort, obwohl wir jetzt nicht mehr allein verantwortlich sind, sondern wir machen das mit Weltbank und internationalem Währungsfonds, dass wir die Länder, die ein Compact with Afrika, also eine Reformpartnerschaft eingegangen sind, das sind etwa zehn afrikanische Länder, zu uns einladen, ein großes Wirtschaftsforum machen, für Investitionen werben, die deutsche Wirtschaft aufrufen, die immer noch ein bisschen zum Keil, sage ich jetzt mal, keine Pauschalverurteilung, aber viele haben immer noch den Eindruck, dass Afrika des heutigen Tages ist eigentlich so wie Afrika vor 30 Jahren. Das ist es nicht mehr. Afrika ist ein toller Kontinent, ein junger Kontinent, ein Kontinent mit den zukünftigen Märkten. Und ich kann die deutsche Wirtschaft nur einladen, sich mehr für Afrika zu interessieren. Und wir werden versuchen, dem im Oktober dann einen Schub zu geben, meine Damen und Herren. Und dann bedeutet natürlich die Frage des Kampfes gegen illegale Migration, auch, dass wir den Außengrenzenschutz stärken. Jean-Claude Juncker wird dazu Vorschläge machen, hat dazu schon Vorschläge gemacht, Verstärkung von Frontex. Aber das bedeutet dann auch, und dafür trete ich zumindest ein, dass die Staaten, die an der Außengrenze liegen, auch nationale Kompetenzen abgeben, um Frontex wirklich mit umfassenden Kompetenzen auszustatten. Und das bedeutet eben auch ein Maß an Solidarität, wenn es darum geht, dass Menschen zu uns kommen, oder wenn wir Verpflichtungen haben, auch legale Migration zum Beispiel zu ermöglichen und dabei Ländern zu helfen, die wirklich in Not sind. Und da, meine Damen und Herren, bleibt der wunde Punkt der Europäischen Union. Da haben wir noch keine Lösung gefunden. Deutschland ist bereit, sich in diese Solidarität einzureihen. Und auch das wird während der österreichischen Präsidentschaft jetzt wieder ein weiteres Thema sein. Und so kann man sagen, dass wir insgesamt vor riesigen Herausforderungen stehen, dass wir aber ganz bewusst in diesem Bundeshaushalt diese Herausforderungen angehen, was Rente, Pflege, Krankenversicherung anbelangt, was Entlastungen anbelangt, was Investitionen in Forschung anbelangt, was Investitionen in Infrastruktur anbelangt. Der Bundesverkehrsminister hat gestern mit ihrer aller Hilfe die Infrastrukturgesellschaft für die deutschen Autobahnen gegründet. Meine Damen und Herren, das ist ein großes Projekt, was uns in die Lage versetzen wird, das Geld, das wir haben, auch schneller auszugeben. Und deshalb ist das ein Schritt, der absolut auch gewürdigt werden muss. Wir müssen, das glaube ich, zutiefst ab und zu auch über das sprechen, was uns gelingt. Wir können immer kritisch sein, was uns alles nicht gelingt. Aber wenn wir den Menschen nicht sagen, was gelingt, dann werden sie auch gar nicht verstehen, wo wir besser werden. Und deshalb wird es auch eine gemeinsame Aufgabe, zumindest derer sein, die gemeinsam für dieses Land kämpfen, zu sagen, ja, wir wissen, dass vieles noch nicht erreicht ist. Wir wissen, dass es noch viele Mängel gibt. Aber wir stellen uns den Herausforderungen und wir kommen Schritt für Schritt voran. Das ist unser Auftrag, unser Anspruch und das werden wir auch einlösen. Herzlichen Dank. Applaus Bei einer kurzen Intervention erteile ich das Wort dem Abgeordneten Brandner, AfD.